Man klingt nicht in der Ecke. Ein Lied im Country-Stil. Wunderbar. Ein eigentlich typisch österreichisches Lied. Man bewegt sich gerne in seiner Komfortzone. Nur nicht herausbewegen, nur nichts fixieren. Man kann durchaus was erreichen, aber man muss was tun dafür. Man muss sich aus dieser Komfortzone irgendwie herausbewegen. Es gibt meine neue CD, mein neues Album. Dieses Lied ist eines darauf und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch diese CD kaufen würdet. Dankeschön. Ecke.